Leute, es geht nicht um den Cube. Wir wissen alle, dass der Cube in der Box drin ist. Es geht um den nächsten Boxinhalt. Wie ihr euch daran erinnern könnt, gab es vor kurzem ein Wohnzimmerkonzert. Lass doch mal alles geben. Die Menge ist heiß. Wie viele Leute haben wir heute hier? Ich glaube, es ist ausverkauft. Auch eine geile Show, Digga. Und bei diesem Wohnzimmerkonzert hatten wir einen Riesenspaß. Und viele Leute haben mir geschrieben, ja, Finchie, komm nochmal bei mir vorbei, komm nochmal bei mir vorbei. Finchies Love-Tab ist lange her, jetzt ist Rummelbums. Der nächste Boxinhalt ist ein Wohnzimmerkonzert. Nein, zehn Wohnzimmerkonzerte. Zehn Leute haben die Möglichkeit, diesen Gutschein in ihrer Box drin zu haben. Das heißt, die Chance ist zehnmal so hoch wie bei der letzten Box. Wir spielen zehn Wohnzimmerkonzerte. Also, gibt es was Schöneres als Finchie zu Hause? Unter Corona-Regeln natürlich. Und jetzt zeige ich euch hier natürlich nochmal meine Künste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was viele Leute ja nicht wissen, ich bin ja leidenschaftlicher Klavierspieler. Die Stelle mag ich am meisten. Die Schönerin Die Schönerin Die Schönerin Die Schönerin